ich bin total verschwitzt es sind gerade auf 1000 meter höhe auf einem spektakulären einzigartigen berg den wir durch zufällig gefunden haben hier ist eine wirklich crazy fläche und stelle guckt euch mal da oben kurz das ding an da gehen wir jetzt gleich hoch da waren wir noch nicht oben aber das gucken wir so das ist wirklich durchgeknallt ich hoffe es offen wir haben noch nicht gezeigt ob es offen ist also das ganze hier ist eine multikulturelle gipfel besteigung hier gibt es nämlich eine ich kommt mal mit übrigens auch kommt gerade nebel ich will euch nur zeigen eigentlich ist auch zu lockdown das militär unten hat uns aber per telefon mit dem kompen irgendwie geklärt wir dürfen sonst ist keiner da normal kostet sondern auch eintritt aber das lockdown ist immer eh eigentlich nicht rein darf hier ist symbolisch eine muslimische moschee das glaube ich die zeigt die multidiversität des landes auf was religion angeht und das soll das hier oben auch symbolisieren ein kobil einen genau ein hindi tempel und gleich daneben haben wir hier was ist denn das da für einer der da steht je 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 irgendwas mit weihnachten glaube ich ist dann der body tree also buddhistisch natürlich hier ganz leicht zu erkennen und hier oben natürlich noch ein bisschen prominent haben sie buddha gleich zweimal untergebracht weil irgendwie muss man doch noch klar machen dass die staatsreligion ja und das sieht ein bisschen aus wie hunderschönes das wasser habe da gehen wir auch noch hoch mal gucken ja lass uns doch mal machen dann gehen wir mal hoch kommt mal irgendwo an drin gibt es irgendwelche räume kann man wahrscheinlich einziehen das ist die toilette oder das nur nicht fertig das ist alles hier noch im baum das hat hier ordentlich geregnet und wir sind gleich jetzt auch im nebel und überhaupt kein geländer wo ich pass mit dem rucksack noch nicht mal durch das ganze kinder ding schaut euch mal diesen baum an hier und hier sitzt der turm dem als gleich probieren werden mal gucken ob ellen da hochkommt ich habe jetzt zweifel was machen wir ab wissen du hast dich gar nicht hier hoch getraut zu mir du musst jetzt hier hoch kommen das ist übung für drüben drüben ist ein geländer nur so niedrig dass man locker runter purzeln kann genau schaffen im nebel bleiben so lange oben hocken bis wir endlich den elefanten der da unten reinwächst ein tasca wie wir gelernt haben stoß den elefanten nennt man tasca hier jetzt kommen wir zu dem hier schauen wir mal bis gleich gleich hoch sehr schön so jetzt gucken wir mal ob hoffentlich die türe offen ist und wir hier reinkommen da steht eine türe offen perfekt das ist hier irgendjemand sehr ehrenvolles da sieht das sieht aus wie eine treppe hochgehen aber die geht von außen da sieht was hoch guck mal das ist mal hier hoch gehen das sieht gut aus hier gehen wir mal weiter erste kleine aussichtsplattform oh not bad guck mal ein bisschen neblig vielleicht haben wir noch glück und es zieht auf jetzt sind wir schon höher wie das mini gipfelchen hier boah guckt euch diese bäume auch an das ist übrigens obwohl es hier eine angelegte anlage ist ist das das was wir gestern auch beim bewandern der hantaner berge in candy gesehen haben das ist auch urwald das zeug wächst wirklich so hier das ist hier ganz typisch für den wald man hat hier dann so komplette mischwälder vom feinsten mit diesen blumenbäumen laubbäume nadelbäume dann diese hier die mir besonders gut gefallen das ist alles blüten wunderschöne große riesige schöne blüten und die heißen wasserfallbäume die hier mag ich so gerne das sind so richtige regenweilblüten die so Dächer so Schirmchen oben haben so gehen wir weiter so jetzt gehts ins freie und jetzt wird Ellen gleich anfangen from there you can make a picture Ellen wird sich jetzt gleich in die Hose machen ok, hier hoch gehts? ja hier hoch genau oh Gott und das ist der Teil wo das noch total gut ist das wird jetzt dann immer enger nach oben hin wir haben ja schon die Rucksäcke ausgezogen weil es so aussieht als ob es sehr eng werden können schauen wir mal aber das macht keinen Angstschweiß das ist wirklich was anstrengend ist wird noch kommen hm, das wird hier aber sehr eng oh Gott was gut ist, du kannst nicht sehen wie steil es ist nein, das ist ganz gut, dass ich gerade nicht sehe weil er gerade neben ist das schaffen wir schon bis hoch, oder? ja bist du dir sicher? nein, wir probieren es hier wird es jetzt wirklich sehr eng hier kommt niemand vorbei, der mehr als 90 Kilo hat ja und zeig mal, dass du noch keine 90 Kilo hast das ist ein bisschen neblig hier komm mal, geh mal weiter wann ist denn jetzt endlich Ende? wann sind wir oben? es nimmt kein Ende hier, ne? es schraubt sich hier hoch das ist echt ganz schön krass und es ist total neblig gerade es ist krass, das ist das Türmchen von vorhin es ist nicht beschlagenstelefon, es ist wirklich so ne, ist nebel so, weiter geht's okay, da ist die buddhistische fahne das ist in der regel so ein bisschen Nepal ein Zeichen, dass man den Pass oder das Top erreicht hat ich guck mal hier da ist der Blitzableiter, also ich denke ich bin oben fertig, hier geht's nicht weiter so, maximaler Nebel geschafft jetzt gucken wir, jetzt müssen wir ein paar Minuten hier Pause machen warten wir mal schnell das geht besser als hier jetzt das ist schade jetzt warten wir mal so, ich glaube hier drin können wir mal kurz den Nebel abwarten komm mal rein reingucken nur Ellen ist wirklich sehr eng hier, muss auf den Winkel gehen Ellen, ich und die freundliche Kakerlake hier in dieser Wasserflasche und natürlich die Corona-Maske so, warten wir mal ab draußen, man sieht's ist momentan begrenzt so, wie soll man so sagen, zack, super warten wir mal kurz ab wow ist immer noch Nebel aber guckt euch das mal an oh, diese herrlichen Dschungelbäume da unten mal weiter gehen das ist Ellen hier guck mal hier runter direkt runter gucken macht hier bestimmt kein Spaß, Ellen, oder? oh, geil das Dumme ist, es regnet die Wolke, die uns hier einhüllt, regnet so ein bisschen aber das ist ja Wahnsinn das da müsste Adams Peak sein hier da sieht man so eine kleine Pyramide rausragen kann man nicht sehen auch hier heilige Berg Sri Lankas alle Weltreise ich könnte sagen, ist der Kailash von Sri Lanka Kamera hat mit dem Nebel etwas Probleme scharf zu stellen es geht tatsächlich noch weiter hoch ich gehe mal noch weiter hoch die ziehen weg komm ruhig hoch zu mir also wir sind wirklich ganz dicht an den Wolken wie man hier sehen kann das ist ein verrücktes Ding hier ich bin hier wirklich im Überhang es ist also wirklich senkrecht hier ich bin oben ja, sogar mit Aussicht ja guck dir mal die Bäume finde ich einfach den Bringer das sind auch so die schönsten schau mal hier ganz viele davon jetzt fängt es richtig an zu pissen neben diesem Nadelwald ja, aber da wir eh nass geschwitzt sind das sind diese wunderschönen Whirlbäume und hier unten sind dann diese herrlichen herrlichen Blütenbäume das ist Wahnsinn wenn wir Glück haben kriegen wir dafür einen Regenbogen geboten was meinst denn warten wir mal noch eine Sekunde ab ja, kalt ist der Regen hier kalt ja, wir sind über 1000 Meter das müssten hier jetzt 1050 vielleicht sogar 1100 sein also schon recht hoch da ziehen jetzt die Nebelschwaden hier rüber jetzt ziehst du auch nicht wie wir überall hochsteigen quasi jetzt Nebelwald eine sehr zivilisierte Form des Nebelwaldes aber ich denke faktisch gesehen entspricht es tatsächlich genau dem was man als Nebelwald bezeichnet das sind die Berge das ist echter Dschungel das ist nichts Angehegtes hier oben hier ziehen die Nebelschwaden durch was wird das? so die Sonne erkennen kann die Sonne? rundherum Regenwolken gerade rundherum ja, jetzt ist sie klar die Sonne ist direkt über uns aber die ist gerade hinter einer großen Regenwolte verborgen aber jetzt haben wir doch einen ganz schönen Ausblick schon gehabt auch wenn wir einen ganz großen Gebirgsblick nicht hatten weil es doch ein bisschen neblig ist aber es ist allemal einen kleinen Abstecherwert hierhin ja, definitiv trotzdem fragen wir uns wie das normalerweise hier funktioniert weil wir haben Bilder gesehen wo richtige Touristenmassen hier hochgehen und jetzt fragen wir uns wie kommen hier zwei Touristen aneinander vorbei? keine Chance ich glaube da sind die Löcher da da musst du dann in diese Löcher einer reinkriechen ich habe jetzt einmal so ein etwas übergewichtiger Herr aus Texas oder so wieso jetzt gerade Texas? das ist halt jetzt so ich weiß nicht von irgendwo auf der Welt wir sind ja hier und warum Mann? warum keine Frau? war das jetzt sexistisch? ne die fetten Frauen die bleiben gleich unten die gehen gar nicht hoch das war sexistisch auf jeden Fall auf alle Fälle kommt man hier nicht aneinander vorbei ich gründe ich mache jetzt den Hashtag MeToo für irgendwie übergewichtige Männer aus Texas und dann kriegst du den Prozess angehängt 100 Millionen für dich das kostet 100 Millionen und nicht Rupien und ich sehe hier in der nächsten Stunde also dann gehe ich runter Autsch das war mein Kopf ist ein bisschen flach ist ein bisschen doof also auch groß gewachsene texanische schlanke Herren in Europa und Damen und Damen und ganz Gender und Kinder und Ameisen Hunde das ist ein Buddhist-Buddhistland Steine stell dir vor du bist ein schwerer Stein aus Texas groß gewachsen über zwei Meter dann kommst du hier nicht hoch da müssen wir irgendwie vielleicht ein Gesetz machen dass der Stein aus Texas irgendwie auch zu seinem Recht kommt weil was haben wir für ein Recht dem Stein aus Texas seine Besteigung das Turmes zu untersagen das kann wieder Adam's Peak sein, oder? das kann wieder Adam's Peak sein, oder? da geht es gut ich glaube wir müssen weiter weg sein außerdem ist da weit über 2000 der ist zu nah glaube ich aber man sieht hier auf jeden Fall nochmal schön wie bergig dieses Land hier überall ist also für trekkingbegeisterte kann man hier sich viele Wege noch erschließen man muss bloß leech-fest sein also blutekelfest sein weil hier hat es sehr sehr viele zwei Minuten Graslaufen das laufen mindestens fünf leeches da kommen wir gerade runter und jetzt haben wir hier auch wieder bisschen Sonne ja das ist hier das ist hier wirklich nice da ist die Treppe hoch aber nicht vorbei da sind wir auch schon fast unten das ist ein bisschen die Baukonstruktion hier ist interessant so jetzt schauen wir uns das Gelände hier unten vielleicht noch ein bisschen an das haben wir noch nicht gesehen so von unten nochmal ein Blick hoch wirklich spektakulär eigentlich wenn man da so reinzoomen kann durch diese Ebenen durch hat sowas auf Powers of Ten Powers of Ten range als Eames oder von wem ist denn das? Powers of Ten von wem ist das? ich weiß nicht mehr ich will jetzt nichts falsches sagen ich glaube das waren Eames ich hätte auch gedacht Eames ja oh Gott jetzt haben wir es auf dem Video müssen wir es rausschneiden so jetzt wo wir wieder abgestiegen sind doch noch komplett blauer Himmel aber es sieht auch von hier unten toll aus so und damit verabschieden wir uns mit der knipsenden Ellen das Bild könnt ihr dann bestimmt auf dem Blog wiederfinden was ihr da gerade macht sagt tschüss tschüss